ist mit BAFAR Care Plus möglich. Care Plus besteht aus Futterkernen, die alle identisch zusammengestellt sind. Jeder Kern vereint so alle Nahrungsbestandteile in sich. Auf diese Weise können Kleinsäuger nicht nach ihren Vorlieben selektieren und nehmen somit Care Plus eine ausgewogene und gesunde Nahrung auf. Bei den üblichen Mischfutterprodukten kommt es nicht selten vor, dass sich das clevere Heimtier seine Lieblingsbestandteile heraussucht. Eines nach dem anderen. Der ungeliebte Rest sind gesunde Futterbestandteile, die dann Tag für Tag in der Mülltonne landen. Mit BAFAR Care Plus ist ein solches selektives Fressverhalten nicht möglich. Damit kann Care Plus eine wirklich ausgewogene Ernährung sicherstellen. Und auch den Geldbeutel tut es gut, wenn alles restlos verputzt wird. Mit BAFAR Care Plus füttern Sie viel Gutes für wenig Geld am Tag. Darüber hinaus bietet Care Plus noch weitere wertvolle Vorteile. Speziell abgehärtete Futterkerne sorgen für eine natürliche Reinigung und Abnutzung der Zähne. Foss und Moss, Fructo-Oligosaccharide und Manan-Oligosaccharide beeinflussen die Darmtätigkeit positiv und unterstützen eine optimale Verdauung. Vitamin E schützt effektiv vor Zellschäden und vorzeitiger Zellalterung durch freie Radikale. Ein optimales Verhältnis an Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren unterstützt die Herz-Kreislauf-Funktion und damit die Fitness ihres Kleintieres. Yucca-Schedigera-Extrakte vermindern ganz natürlich die Gerüche von Kot und Urin. Als Tierärztin kann ich die Care Plus Produkte von BAFAR für Kleinsäuger uneingeschränkt empfehlen. Die Care Plus Produkte von BAFAR sind für eine große Vielzahl an unterschiedlichen Kleinsäugern erhältlich und ganz spezifisch auf deren Bedürfnisse abgestimmt. Bei den Produkten für pflanzenfressende Kleinsäuger ist entscheidend, dass sie über einen hohen Rohfasergehalt verfügen, wodurch die Verdauung bei diesen Tierarten optimal unterstützt wird und letztlich ist nicht nur der hohe Rohfasergehalt sehr schön, sondern auch die besondere Form der Fasern, die hier eingesetzt werden. Es sind nämlich auch Fasern enthalten, die gezielt die Darmflora unterstützen und gesund erhalten. So finden Sie von BAFAR Care Plus das ideale Futter für Ihren Liebling, das ihn mit allen wichtigen Nährstoffen versorgt, die es für ein glückliches und gesundes Leben braucht.